So, liebe Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Wir hatten jetzt Aufnahmepause, man sieht, ich hab einen anderen Pulli an. Den hast du nur zur Deko angezogen, sonst ziehst du deine Sachen immer 6 Wochen am Stück an. Ja, was machen wir denn da jetzt? Na hoppala. Ich meine, oh. Und es ist direkt im ersten Ball im Netzball drin geblieben. Bäm, Junge, so macht man das, so fängt man Pokémon. Ja, würde ich halt sagen, na, schwerte Bedingung. Müssen wir halt im Dunkeln durch. Könnte ich sagen, wenn du die Brille absetzt, bist du ja auch blind wie ein Maulwurf. Dann, das kennst du ja dann schon, da durchzuirren, wa? Ah, das wäre gemein. Wenn man eigentlich mit seinen Freunden einen Nasser machen will, aber sich mit seinen Feinden entwickeln während des Spielens. Ey, Timmy, jetzt mal ganz ehrlich, wenn bei dir ein gutes Eis-Pokémon um die Ecke kommt, ne, du bist so geliefert. Und, du bist so geliefert.